Wow, fällt euch irgendwas auf? Wir sind in Mount & Blade Warband. Wann hatte ich das zum letzten Mal? Ja und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute spielen wir so ein paar Runden hier online und natürlich wieder geschnitten. Wir nehmen hier eine Belagerung. Oh Gott, sie ist nackt! Aaaaaaah! Bringt die Kinder in Sicherheit! Den kriegen wir! Los! Jetzt kommt er! Nice! Perfekt, würde ich mal sagen. Und wir haben die Burg eingenommen. Da sag ich doch mal GG an alle. Ich weiß jetzt nicht, wo wir reingehen sollen. Entweder hier übers Tor oder über eine der Leitern. Aber ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich für die Leiter. Oha! Oha, das war meiner, ey! Es sollte meiner werden. Hallo! Grüß dich! Nein! Ich geh wieder runter. Ich geh wieder runter. Tschüss! Wir wollen jetzt... Oh! Oh, geil! Geil! Guck mal, das sind unsere Leiche! Können wir sie jetzt noch beobachten? Hallo? Da bin ich, glaube ich. Ich glaube, ich bin das hier. Läufst du mal! Ja? Genau du! Was? Oh! Da waren ja auch welche. Ich dachte, ich könnte mich jetzt hier irgendwie verstecken. Aber... Da waren halt noch welche. Noch mehr von ihnen. Das ist... Das ist von damals 1960. Oh Gott. Ein Kill und... Direkt... Wird man selber getötet. Wir haben jetzt eine 0, äh... Was weiß ich gerade? 0,7. So, jetzt kommt mal her. Ich will noch einen von euch töten. Ich hoffe, das reicht euch dann. Komm her! Oh! Habe ich den getroffen? Man weiß es nicht. Ja! Haben wir... Haben wir jemanden getötet? Ja! Ich glaube, Senet! Ja, Mann! Hey! Los! Beweg dich! Meine Jüte! Puh! Oh Gott! Ich weiß, was die gleich anfangen. Okay, nein. Das gehört nicht auf YouTube. Ja, Mann! Warum drehtst du nach mir? Abigail. Abigail. Boah! Das läuft bei Abigail. Mit meiner neuen Freundin, wisst ihr? So. Ihr Mörder! Ich werde euch kriegen. Ah! Yo! Geil! Abigail! Warte! Abigail! Abigail! Abby! Abby! Warte! Uah! Abby! Spaß! Ich werde den Vormarsch anleiten. Boah! Jo! Springbrunnen! Yo! Boah! Ich würde aber mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, Leute! Bis dann!